Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Heute zeige ich euch meine aktuelle Abendroutine im Frühling. Was für Produkte verwende ich zurzeit und wie mache ich das mit der Hautpflege, wenn ich abends zu Bett gehe. Also dranbleiben und bis gleich. Mein Abend beginnt immer mit einem Tee, diesmal einem Vanille Kamillentee. Ich komme erst mal so ein paar Minuten runter, trinke meinen Tee und dann geht's ab ins Bad. Ich beginne immer mit dem Abschminken. Hierzu verwende ich ein Kokosnussöl. Damit lässt sich das Augen-Make-up super entfernen und damit komme ich optimal zurecht. Jetzt reinige ich meine Haut mit einem Reinigungsschaum. Danach mit Wasser abspülen und sauber ist das Gesicht. Jetzt reinige ich meine Haut mit einem Gesichtswasser nach. Das klärt nochmal und beugt Unreinheiten vor. Jetzt trage ich mein Serum auf. Das versorgt die Haut mit ganz viel Feuchtigkeit und ist eine super Anti-Aging-Pflege. Jetzt kommt die Nachtpflege an die Reihe. Aktuell verwende ich diese hier. Die arbeite ich gut in die Haut ein und ich lasse mir hierbei gern etwas Zeit, damit die Haut auf die Nacht gut vorbereitet ist und die Creme gut wirken kann. Eine gute Augenpflege muss sein und auf Anti-Aging-Produkte möchte ich persönlich nicht mehr verzichten. Klopf die Augenpflege gut ein, damit sie gut einzieht und dann kommt der nächste Schritt. Zähneputzen, natürlich ganz, ganz wichtig. Und dann bin ich auch schon fertig. Zähneputzen, natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt wisst ihr, wie ich meine Haut pflege, bevor ich zu Bett gehe und was für Produkte ich momentan verwende. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt mir einen Daumen hoch und teilt dieses Video. Und morgen, da gibt es kein Video, da ist der 1. Mai und es ist Familienzeit. Ich wünsche euch von Herzen ein wundervolles, langes Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Ich freue mich bereits drauf. Also, Happy Weekend und bis Dienstag. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017